Das Ganze ist jetzt hier fertig, wie man sieht, wird jetzt hier gesammelt. Jetzt kommt als nächstes Schritt Brot mit Knoblauch, etwas ganz Feins. Hier haben wir feinstes Baguette, Ciabatto, das schneiden wir jetzt hier in Scheiben. Dann nehmen wir hier etwas Knoblauchöl und dann kommt es auf den Grill. Dann geht es hier weiter mit der Oberseite. Wenn man das Timing gut abgepasst hat, dann kann es gut sein, dass man es schon drehen kann. Es riecht hier wie in einem mediterranen Restaurant, könnte man sagen.